Willkommen zum ZFF Daily Talk. Heute haben wir Karl Spöri zu Gast. Er ist Mitbegründer vom Zurich Film Festival. Hoi Karl, schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, danke für meine Zeit. Das ZFF hat endlich gestartet, hoffentlich erfolgreich. Ist dein Job jetzt erledigt? Nein, der geht jetzt mindestens noch mal zehn weitere Tage. Und dann gibt es natürlich auch noch die Nachbearbeitung. Aber man ist immer schon mal so etwas erleichtert, wenn es erfolgreich gestartet ist, wenn man so den ersten Tag gut über die Bühne gebracht hat, weil eine gewisse Anspannung, die dann ein wenig abfällt. Aber man hat noch sehr viel vor. Man hat noch ganz viele Gäste, die kommen werden, noch ganz viele Filme, die wir präsentieren werden. Also es wird noch ein langer Marathon sein, bis wir dann am 2. Oktober durch die Ziellinie laufen. Sehr schön. Aber trotz dieser ganzen Arbeit, auf was freust du dich persönlich? Also jetzt heute Abend natürlich der internationale Filmmusikwettbewerb im Zusammenarbeit mit dem Zürcher Tonhallenorchester, wo wir fünf Kompositionen von jungen Filmkomponisten zeigen werden, hören werden und nachher noch ein grosses Tribute-Konzert für John Williams, einer der grössten lebenden Filmkomponisten. Das wird sicher sehr speziell werden. Heute Abend haben wir sonst auch ein paar grossartige Filme natürlich noch. Monster Calls, wo, finde ich, ein sehr schöner Film ist aus dem Gala-Line-Up, den ich jedem empfehlen kann. Und dann geht es weiter. Am Samstag morgen kommt Oliver Stone mit seiner Crew nach Zürich mit Snowden, Joseph Gordon-Levitt und Shailene Woodley, die morgen Abend über den grünen Teppich werden schreiten. Und dann geht es eigentlich im Tagestakt so weiter. Also man erwartet jeden Tag tolle Gäste. Und es wird sicher ein sehr interessantes ZFF werden. Ja, ein spannendes Programm. Es klingt alles u-lässig. Es gibt aber sicher auch Sachen, die du nicht so gern machst während des Zürich Filmfestivals. Was sind solche Sachen? Ja, es gibt immer Sachen, die man lieber macht. Sachen, die man weniger lieber macht. Ich sage jetzt mal, was sicherlich jetzt nicht zu meiner allergrössten Freude gehört, sind die Ansprachen zu machen. Man braucht immer etwas Überwindung und ich bin jetzt auch eher ein zurückhaltender. Aber das gehört dazu. Und ich mache es dann doch auch nicht ungern. Also es ist ein Teil von meinem Job und von dem her ist das schon okay. Okay, gut. Kommen wir zurück zu den Filmen. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Filme auswählt? Wir sind ein Team von fünf Programmern, die das ganze Jahr für das Filmfestival arbeiten. Wir fangen eigentlich immer schon nach dem ZFF wieder an, einen Ausblick zu uns zu verschaffen, was nächstes Jahr im Herbst etwa fertig sein könnte. Wir haben eine grosse Datenbank mit einem ganzen Haufen Datensätze drin, wo wir immer tracken, wo wir immer schauen, was mit den Filmen passiert. Filme, die jetzt in die Produktion gehen, die wir dann natürlich verfolgen. Dann versuchen wir sie irgendwann zu sehen. Dann gehen wir an die anderen Festivals. Wir starten meistens in Sundance in Park City im Januar. Dann geht es nach Berlin im Februar. Dann gehen wir nach Gann im Mai. Dann machen wir viele Städtereisen, wo man das Programm dann vor Ort dort sichtet. Also wir sind sehr unterwegs auf der Welt, weil die Filme logischerweise, die kommen nicht einfach so zu uns, sondern wir müssen sie schon suchen. Dann gibt es aber natürlich auch viele Filme, die eingereicht werden. Die werden dann von unserem Vorsichtungsteam zuerst einmal geschaut. Und so, am Anfang ist das ein grosser Trichter, wo ganz viele Filme oben drin sind, dann tröselt das langsam ab und irgendwann setzt sich dann das Programm ein bisschen zusammen. Das entsteht natürlich aber auch immer in Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern, den Verleihern hier vor Ort, die uns auch sehr unterstützt, die versuchen, diese Filme an das ZFF zu bringen. Das ist an uns nicht ganz einfach. Wir sind ja in einem sehr kompetitiven Umfeld. Und das macht es eigentlich so aus, dass wir dann eben mit all den Beziehungen, die wir haben, mit all den Partnern, die wir haben, irgendwie dann das Programm am Schluss hinbringen, das Jahr 172 Filme. Und versucht in jeder Sektion dann eben wirklich ein sehr klare und eindeutiges Programm zu liefern, wo wir das Gefühl haben, das wird uns dem Publikum auch gefallen und wird dann entsprechend ein Festival. Fieber wird das gerecht. Du hast vorher die politischen Themen angesprochen. Das führt mich auch zu einer anderen Frage, ob es jetzt aufgrund von eurer Auswahl jetzt irgendwie ein Thema gibt, das überragt in diesen Filmen. Ja, also ich glaube, so ein grosses verbindendes Thema, angefangen vom Opening Night Film, über den Wettbewerb, über auch grosse Teile unserer Gala oder Special Screening Sektion, ist das Thema Familie. In ganz verschiedenen Schattierungen, also wenn wir von Familie reden, dann meinen wir jetzt nicht nur Mutter, Sohn, zwei Kinder und einen Hund, sondern wirklich die verschiedensten Schattierungen von Familie, von Familienkonflikten, von Familienkonstellationen, die da in Spielfilmen oder Dokumentarfilmen gezeigt werden. Das ist sicherlich ein grosses Thema. Das andere grosse Thema ist natürlich das, was im Moment die Welt beschäftigt, die Welt bewegt. Jetzt mehr in den Side-Sections wie Borderlands, das Flüchtlingsthema ist ein grosses Thema. Aber dann auch beispielsweise die ganze Frage von, wie gehen wir mit unseren Daten um? Wie gehen wir mit der Überwachung um? Wie gehen wir damit um, dass sich immer mehr Leute über ihre Daten freiwillig abgeben oder überwachen lassen? Was wird das für einen Impact haben auf unsere Gesellschaft, auf unser Zusammensein? Das sind Themen, die durch die Filmemacher aufgreift und in Dokumentar oder Spielfilme sehr spannende Beiträge machen. Wenn wir so in die Zukunft schauen, Serien werden immer populärer. Wie geht das ZDFF mit dem Trend um? Ihr habt ja auch eine eigene Rubrik. Genau, T-Vision gibt es seit 2013. Daran die Fernsehsendungen, die Fernsehserie zu zeigen. Den Trend kommt man nicht vorbei. Das passiert im Moment ganz viel Interessantes im Fernsehen. In den letzten Jahren hat sich das immer mehr und mehr so entwickelt. Und dann wollen wir Rechnung tragen. Deshalb zeigen wir immer ausgewählte Piloten oder Serien. Und zwar nicht nur amerikanische, sondern man zeigt eben auch Sachen, die man vielleicht auch nicht so einfach zu sehen bekommt. Wir haben dieses Jahr eine sehr interessante polnische Serie da. Also auch dort, das ist alles übrigens auch gratis. Man kann einfach rein sitzen. Die Filme kosten keinen Eintritt. Und kann sich dort mal ein paar Folgen reinziehen. Und ich glaube auch da versuchen wir natürlich interessante, künstlerisch attraktive Arbeiten zu präsentieren. Okay, sehr spannend. Dann würde ich sagen, wäre es das schon gewesen. Wir haben sehr viel erfahren. Danke vielmals, Kasper. Ja, danke vielmals. Das war unser erstes Tag vom ZDFF Daily 2016. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch unseren YouTube-Channel. Und weitere Beiträge rund ums Zürich Film Festival folgt natürlich aktuell und direkt aus Zürich. Auch da für die talk. Alle Beiträge rund ums Zürich Film Festival. Wo er es auch auf unseren in Binnenernst Gonkommhof, Das war auch amn skalen. Vielen Dank.